KUTAN Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Am Montag, den 21.05.2018, wurde die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wachenheim zu einem Brand im Gebiet Mundharter Hof zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim gerufen. Vor Ort stellte sich ein Brand eines Wochenendhauses heraus. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle und sicherte die Ausbreitung des Feuers auf die Nachbargrundstücke. Im Einsatz war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wachenheim mit ca. 35 Mann und 8 Fahrzeugen, die Sanitätsbereitschaft der Feuerwehr, Polizei sowie Rettungsdienste.